Einer der Besten im Mittelfeld mit einem super Pass auf Markus Mendler. Was macht der denn da? Was ist das bitte für ein Tor? Homburg entzaubert den Tabellenführer und wie. Super Pass und das Tor macht sprachlos. Das kann man schon mal anmelden bei der Sportschau zum Tor des Monats. Und beim Tor des Jahres sicher auch nicht schossenlos. Der Torschütze erneut, unsere Nummer 11, Markus Mendler.